Hey Leute! Willkommen zurück zu Super Mario World! Juhu! Moin Leute! Super Mario World steht wieder an. Wir haben fucking lange nicht mehr aufgenommen, Leute. Die letzte Aufnahme war im April, hab ich nachgeguckt. Und wir haben jetzt August. Ihr wisst also Bescheid, ne? Läuft. Und ja, ich würd sagen, Chaos Guarder fängt einfach mal an und macht mal wie ein bisschen Spesken. Ne? Läuft. Ja, ich werd jetzt völlig direkt wieder sch... Ach, guck mal! Dein Lieblingslevel. Meine Lieblingsfreunde mit den Steinen hier. Du darfst nicht warten, das ist dir klar, ne? Das hast du den Fehler mal letztes Mal gemacht. Ähm... Ah, da war ja was. Merkste? Total vergessen, dass die runtergehen, die Teile. Merkst du? Ja, und ich hab das tollste Schloss anders. Ich hab keinen Bock auf das Schloss. Geht ja schon mal gut los wieder, ne? Ich probier das Schloss einmal, Leute, um mich einzuspielen. Wenn ich mich einspiele, dann direkt mit Horror. Warte mal, ich muss erstmal gucken. Okay, also doch, Weg läuft, Weg klopft, geht. Ah! Nein. Ich hätt einfach durchlaufen sollen, stimmt, das war's. Ich mag dieses Schloss nicht. Ey, das ist das schlimmste Schloss der Welt. Du... 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 Das mag ich allerdings, den Schloss, das... Jetzt hör ich auch endlich mal Musik, das ist, äh, ne ganz neue Erfahrung. Denn, Leute, ich nehm jetzt auf. Und, äh... Weil ich cool bin und er nicht. Ah! Genau. Das ist der einzige Grund und das einzige, dass das, ne, ist... Weil der Gary cool ist. Weil Gary cool ist. Für eine Gentfer Konvention, Gary's cool, ey. Das arktische Krustentier. Ja. Ne? Nein? Einfach nur nein? Warum? Wir sollen übrigens darauf achten, dass die Feder ja auch ne Slowmo-Funktion hat. Ja. Ah, und ich dabei sterbe. Oh Gott, das wird jetzt kacke, Leute. Ich glaube, kommen wir nicht schon die mehr... Ja. Oh, ja. Oh, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ja. Komm durch, komm durch, komm durch. Durch! Durch! Nein! Oh Mann, das war so knapp. Ja, ich hätte nur noch einmal springen müssen, Mensch. Verdammig. Das ist eine der schlimmsten Stellen, aber ich glaube, das kommt noch mal in Übler. Mit Feder ist das kacke. Mit Feder ist das richtig mies. Oh, Leute, wir müssen uns erstmal wieder einspielen. Seht den Bart mal so ein bisschen optionaler an, denn... Wenens bleibst du deiner Linie treu, ne? Einfach so gar nichts machen. Und einfach nur... Ohne Witz, ich hab aber gedrückt, ich wollte springen, aber es ging nicht. Ohne Witz, ohne Witz. Ohne Witz, ich hab gedrückt. Weißt du was? Ich versuch mich mal da dran, mal gucken, wie das Larry's Castle war. Oh Gott, Larry. Oh nein. Oh nein. Ihr wollt... Na, ihr wollt mich doch alle rollen, oder? Ich hab keine Lust auf so'n Scheiß. Ach, was war das? Aber so gar nicht. Ja. So generell nicht. Warum sind wir denn hier, haben wir hier nicht geschafft? War das so übel? Ja. Ja, deswegen... Ja, deswegen... Ja. Ne, es ist eigentlich gar nichts übel, wir sind nur unfassbar schlecht. Ja, das auch, ja. Haben die Leute auch gesagt, wir sind einfach nur Scheiße. Ja, ist auch so. Ah, nein, 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 das war das! Ah, ich hasse es auf einmal. Ja, das war das. Oh man. Ich glaub, Safestates wird mir nicht mal hier helfen. Alle 5 Meter sind Safestate. Oh Leute. Apropos, es könnte euch vielleicht aufgefallen sein, der Sound ist endlich mal ein bisschen besser. Es tut mir leid, mein Headset war einfach scheiße und ist jetzt ein bisschen besseres. Und ja. Ne? Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn nicht, dann... Geht doch einfach... Ne? Geht doch einfach zur Hölle. Nein, 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 bleib oben! Oh Gott, sehr gut. Na! Ich wollte auf ihn drauf! Aber du hast ihm schön die Brusthaare rasiert mit deinem Bart. Alter! Oder gestreichelt oder so. Aber mein Controller spinnt irgendwie rum, ich weiß nicht. Das würd ich jetzt auch sagen. Ne, ist so. Warte mal, ich versuch mal dein Level. Wir machen jetzt mal kunterbuntes Hin und Her. Ja, dann mach ich das Schloss als nächstes. Also nicht das, was du gerade eben gemacht hast. Ich wollte schneller sein. Ja, okay. Larrys Schloss. Welches ist das? Resmall Schloss? Ach nee, Larrys. Okay. Ja. Larrys Schlössken. Nein, der Penner dreht sich doch um. Ich sedert doch. Gut dann. Ich sedert ihm doch schon an der hässlichen Nasenspitze an. Nein! Ah! Der ist einfach... Warum war der... Der hat mir den ganzen Weg versaut. Ich war überrascht. Das ist gemein. Leute, das gibt wieder... Aber ihr wisst ja, es ist ein Let's Fail. Auch wenn der Chaos Cutter, glaube ich, vorhin Let's Play gesagt hat. Oder ist ein Let's Fail? Ne, ich hab nicht Let's Play gesagt. Ich hab nur gesagt... Ne, ich hab nur gesagt Super Mario World. Sehr gut. Machst du gut. Macht er juut, ne? Macht er juut. Seht ihr, macht er juut. Guck, siehst du das meinen? Ich hab nach vorne gedrückt und er hat sich gedruckt. Ist so. Hm. Xbox Controller? Ja. Boah, der ging bisher eigentlich immer ganz gut. Jetzt erfahre ich später rum. Das Problem bei Crash Bandicoot nämlich auch. Also nicht das Problem, aber ich hab einfach nur nach rechts gedrückt und er ist nach... in irgendwelchen 3D-Dimensionen hin und her gewandert. Und hat sich gedacht, nö, moin, mach ich nicht. Ich will jetzt einfach mal doof in Abgrund fallen, weil ich die Plattform verfehle. Ja. Ja. Das war doofes Timing. Ja. Dankeschön. Das war nicht schlecht. Ah, sehr gut. Oh ja. Oh. Oh nein. Oh yeah. Ich weiß, warum du das letzte Mal nicht da lang bist. Ha! Icy Caverns. Ich hasse Eis. Hahaha. Gott, zum Glück gibt's hier keine Eiswelt. Oh Gott, da freu ich mich bei SMB3 drauf. Äh, ja. Komm. Okay. Hier ist... Ja, sogar der Block ist rutschig. Ja, moin. Ja, jeder Block ist rutschig. Oh. Ich glaub, ihr wollt mich doch alle mal... Nein. Alle mal, ne? Am... 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 Am. 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 Ja gut, dann machen wir das Levels zusammen. Ich werde der Fail-O-Mat sein und er wird dann der Skiller sein, der dann da ein bisschen Fortschritt bringt. Das wird schön. Du musst schnell sein. Nein! Das hatten wir schon beim letzten Mal. Du musst da mit B durch, sonst schaffst du's auf gar keinen Fall. Und selbst mit B wird's schwierig. Das ist nämlich das, was ich an diesem Schloss hasse. Ach man, Jerry, ich hab so das Gefühl, dass wir das irgendwie nicht schaffen. Natürlich schaffen wir das, Mensch. Wir haben die andere Scheiße auch geschafft. Weißt du, erinnerst du dich? Ja, das andere war aber nicht so schwierig. Ach klar, und es kommt doch viel schwieriger am besten, Mensch. Haha, super! Man muss einfach besser werden. Man muss üben, 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 dann klappt das irgendwann. Wir wollen doch ein gutes Vorbild sein für die Kinners hier. Kinners. Nee. Wollen wir. Is. So. Nee. Who is? Wollen wir. Ich will jetzt aber obenrum, ich will groß sein! Weißt du was? Ich versuch's. Nein! Nein, 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 nein! Ja doch, ich komm doch eh nicht da durch! Ich hab eh nur noch 250 Minuten, oder? Ja, Sekunden. 250 Minuten, ja moin! Wollt's grad sagen, ist ja wieder ein A-Klass. Kleiner lag, ein lag. Ich hoffe überhaupt, der nimmt richtig auf, weil, aber wir haben ja eh keinen Fortschritt in dem Part, insofern. Ist denn Yoshi einfach auf, dann bist du auch groß. Ja, nein. Nein. Und warum? Weil ist so. Ja, ist so, dass du dann auch groß bist. Weil Yoshi frisst und wird dadurch größer. Äh, Mario stirbt nur, wenn er zu viel frisst. Oh, nice. Haben wir? Haben wir? Haben wir Midway? Haben wir Midway? Moin, Leute! Haben wir Midway! Haben wir Midway ge- Ja. Haben wir Midway gebattled? Penner? Oh, oh. Ja, ich kann da drauf spinnen, warum mach ich's nicht? Wir haben Midway, okay. Ich kann sterben. Puh! Komm, komm! Mach! Ja, ja, ja! Und... Nein! Scumbag! Scumbag! Oh Gott, der war gut. Leute, ich krieg einen mittel-schweren Herzinfarkt. Mindestens einmal. Der ist auch ein Arsch da oben. Aber es klappt, es klappt, es klappt, es klappt. Siehst du, siehst du von wegen, wir schaffen das nicht. Das kriegen wir irgendwie hin. Ja, du schaffst das. Ja. Schnauzi. Haha. Es ist... Er ist kein Team in Super Mario World. Oh Gott. Oh Gott. Bitte hilf mir doch, Alter. Doch, der ist. Es sind Mario und Luigi. M&L, ne? Nicht M&M. Es ist M&L. Always Wars. Ja Leute, aber es war knapp. Es war schon... Es war schon geil. Lauf durch. Ne, ich warte. Jetzt schon, ja. Du hast hier wenig Zeit im Kopf geschlossen, das hab ich noch gar nicht gesagt. Das Schloss ist nett, da musst du schon, ne, da musst du laufen. Da muss, da muss hier, da muss, muss gehen. So ein Midway war ja schon mal geil, oder? Auch schneller. Ne. Ich sag mal, jedes Mal Elektroschock, wenn du nicht das machst, was du willst. Jedes Mal. Das wär so gut. Guck mal. Oh Mann. Ja dafür konnte ich jetzt ja nichts. Doch. Schnell laufen. Dann kannst du einfach durchlaufen. Das hast du mir sogar gezeigt. Dass das geht. Ich krieg Herzinfarkt. Ich krieg schon Herzinfarkt, wenn du spielst. Und meinst du, wie das ist, wenn ich spiele? Aber, äh, es läuft. Es läuft. Solange ich nicht versehentlich auf Load-State komme, ist alles okay. Hier. Ja. Schneller, schneller. Nein. Das klappt nicht. Wenn du dort aber die Feder hast. Ich krieg mal Platz irgendwie. Ja eben. Das ist ja gerade das Ding. Du musst in einem durch. Du darfst nicht bremsen. Keine Sekunde. Du musst mit B und jeden nehmen. Sofort. Zack, zack, zack. Dann mach du das. Ich krieg das nicht hin. Du kriegst das auch hin. Du lernst das jetzt. Johannes hat schon gesagt, ich soll dich dazu trimmen, dass du mal ein bisschen ordentlich spielst. Ich kann einfach... Ich kann einfach... Ja, so viel dazu. Ich kann einfach... Leck mich. Ich bin einfach schlecht in Jumpin' Runs. Ja, das lernt man. Kein Problem. Nee, das hat nichts mehr gelernt. Wir sind kurz vor Bowser, Mensch. Das ist das Ende des Spiels. Wir haben es im Grunde schon durch. Nee, haben wir nicht, weil dann doch die scheiß Bonuswelten kommen. Ja, aber das kommt ja noch. Das ist ja noch gar nicht so eminent. Ja, ist so. Ist noch nicht eminent. Nee. Außerdem sind die nicht muss. Wir hätten das Spiel schon fast durch. Es ist... Wir stellen uns an wie den letzten Fallhorst, aber es klappt. Es geht. Wir zeigen... Das war zu lange. Das hab ich mir auch grad gedacht. Der... Boah. Ist mehr Glück als Verstand manchmal. Das ist kein Glück. Berechnen, berechnen, kalkulieren und so weiter. Jetzt behalte die Feder. Ducken, ducken, ducken. Ich weiß einfach nur, wo ich stehen bleiben muss. Mhm. 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 Du... Du... Genau, jetzt wählen. Ja, ich musste von dem kleinen weg. Ach verdammt. Das war ein Problem. Du hättest den einfach wegwedeln können. Ja, ist mir auch aufgefallen im Nachhinein. Die alle nebenbei. Wenn du die Feder behalten hättest, dann wäre die Stelle... Du machst die nämlich besser als ich momentan. Die da jetzt kommt. Dann wäre die nämlich weniger ein Problem. Das ist zu langsam. Jep. Aber wenn du die Feder hättest, dann kannst du auch... Der Gottverdammt! Die stacheligen riesen Pimmel. Das gibt's doch nicht. Wenn du die Feder hättest, könntest du unten auf die gelben Stacheln einmal drauf und wär's damit safe. Hier könnten sie ihr Spiel speichern, wenn sie ein Farbband hätten. Ich hab aber keine Feder, Gary. Du hattest aber eine! Du darfst dich noch nicht verlieren, Mensch! So, dann machen wir's jetzt nämlich so. Ja, schmeißt du den höher. Ja, genau so. Das kann man auch machen, ne? Warum schmeißt du den jetzt so hoch? Der hat er eben nicht so hochgeschmissen. Der schmeißt ihn immer so hoch. Ach, leck mich doch. Wir brauchen Farbbänder, Gary. Was? Ich will kein Farbband. Ich hasse Resident Evil. Mir egal. Ich scheiß auf Farbbänder. Voll doof. Nein. Das ist ne dumme Speichermethode. Das weißt du genauso gut wie ich. Nein, ich finde das gut. Vor allem macht's keinen Sinn, dass er ein ganzes Farbbband für drei Zentimeter Text verwendet. Verschwenderischen Affen, Mensch. Ja, das ist allerdings wirklich wahr. Deswegen, Achtung, oben. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, jetzt! Ja, moin! So muss... Achtung! Ja, genau. Aber es war gut. Es ist Verbesserung. Wir sehen hier nicht... Ich bin so doof. Warum krieg ich das nicht hin? Das gibt's doch nicht. Irgendwie hab ich... Denkst nicht an alles. Das weiß ich. Ey, wenn ich Super Mario World spiele, fühl ich mir tatsächlich ein Chromosom zu wenig, Mann. Das ist echt hart. Also, wenn man argumentiert, ne? Egal. Aber ja, ja, und Johannes sagt übrigens fast dasselbe. Ja, das ist mir bewusst. Ich hab die Kommentare gelesen. Ich glaube... Hey, Johannes! Hey, Johannes, moin! Ich glaube, er würde dich am liebsten die ganze Zeit würgen. Ja, das ist mir relativ egal. Mal so richtig den Jürgen würgen, ne? Mal so richtig. Ah, so. Der ist wohl kein Tierfreund. Ja, nein! Ich war doch... Ich war doch drüben. Es war doch... Oh Mann. Der war... Mensch, stimmt. Der war... Das war episch, Gary. Das war episch in die Lava gesprungen. Das kann nur ich. Aber richtig. Und wie du verdampft bist, ey, man. So episch. Ja, so episch. Lauf jetzt. Ja, so ist gut. So ist brav. Nett die Zeit verschwenden. Guck mal, da kommst du auch in einen. Für Zeit verschwenden durch? Ja, du hast zu wenig Zeit für dieses Level, ne? Das ist dir klar. Das Level ist sehr knapp im Messen. Doch, das ist wirklich knapp im Messen. Ich sag's dir. Ja, das war gut. Da hast du den Knochen, den ich aus dem... Ding schockt. Och. Und das war wieder nicht so gut. Doch, was? Dadurch, dass du aus dem Bild gegangen bist, als du den Knochen werfen wolltest, hast du seinen Animation Resettet. Das war schön. So, und jetzt mit B in einem Schwung. Sonst schaffst du das kleiner nicht. Ja, ja, ja! Nein! Da hält der letzte Sprung, aber das kriegst du hin. Verdammt. Das klappt. Das Dumme ist, dahinter wird es schlimmer, aber dann machen wir Safestate. Ja, super. Ich sag's euch, da machen wir auf jeden Fall Safestate. Dieses Reznor Schloss ist die Hölle. Aber wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause, Leute. Denn damit ist es schon wieder vorbei. Und ich mach mal einen kleinen Save. Sehr schön. Okay, ist nichts passiert. Außer, dass wir jetzt Leben fahren müssen. Das war dumm. Aber naja, macht ja nichts. Lasst uns doch was Schönes da, Leute. Sagt uns, dass wir scheiße sind. Ist auch okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Kommentare, Bewertungen. Es gibt sogar Leute, die haben gesagt, es macht Spaß zu schauen. Finde ich schön. Ja, ich weiß, das hab ich auch gelesen. Danke, danke. Kegel Let's Player zum Beispiel. Mal Grüße an dich. Super cool. Ich bin schon gespannt, ob wir weiter Magiker aufnehmen. Es wird auch noch Spaß. Er ragt immer so wie es ist. Egal. Bis zum nächsten Mal, Leute, bei Super Mario World. Tschüss. Be desafin sich. досcheierungen Ann thieves. Alles klar. Alles klar. Fahrenheit are nur allem.